Hallo, Simon hier und wenn du immer noch denkst, um abzunehmen, um schlank zu werden, musst du viel in ein Fitnessstudio gehen, dann sieh dir dieses Video von vorne bis hinten an. Denn ich kann dir sagen, dass das nicht so ist. Es wird zwar von den Medien immer suggeriert, dass man viel Krafttraining betreiben muss, dass man viel auf einem Cross-Trainer verbringen muss, auf einem Fahrrad. Aber die Wahrheit ist einfach, dass du auch mit so Sportlern wie zum Beispiel Tennis, Golfen, wenn du gern schwimmen gehst, Mountainbiken, Radfahren, Joggen, kannst du minimum genauso gute Ergebnisse erzielen. Und ja, wenn du Bodybuilder werden willst, wenn du so aussehen willst, dann solltest du in ein Kraftstudio gehen. Aber ich schätze mal, das ist nicht dein Ziel. Vielleicht hast du auch eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio, gehst du nur nicht so oft hin, dann weißt du, von was ich spreche, oder? Denn die meisten, die zwingen sich da immer hin. Die sagen dir, okay, wenn es was bringt, um den Bauch wegzubekommen, dann mache ich es halt. Aber eigentlich würde ich viel lieber mit den Freunden irgendwie eine Runde Tennis spielen gehen. Oder wir gehen eine Runde Golfen. Oder man geht mal schwimmen. Oder man geht mal joggen. Das macht mir eigentlich wirklich Freude. Und das ist der essentielle Punkt, dass Sport eine super Unterstützung zum Abnehmen ist. Aber es ist definitiv nicht alles. Auf was du achten solltest, ist die Ernährung. Und da sprechen leider wenige Leute drüber, die sagen immer, ja, Krafttraining, das ist super. Aber wenn es dir keinen Spaß bereitet, dann wirst du es nicht lange machen. Dann hast du eine Mitgliedschaft, du gehst halt nicht mehr hin. Und dann machst du dann irgendwann gar keinen Sport mehr. Darum, was die Sportkomponente angeht, such dir irgendwas, was dir wirklich Freude bereitet. Etwas, was dir leicht fällt. Vielleicht ist das auch Federball, Squashen, Tennis spielen wie hier. Irgendwas, wo du wirklich sagst, das mache ich gerne. Vielleicht hattest du in der Kindheit mal eine Sportart, die du gerne gemacht hast. Aber jetzt denkst du, ja, das Fitnessstudio ist halt besser zum Abnehmen. Muss nicht sein. Wenn du Muskelberge haben willst, ganz klar. Aber das Wichtige an Sport ist, dass du regelmäßig dran bleibst. Dass du da eine Konsistenz drin hast. Dass du wirklich sagst, hey, ich mache das zumindest zweimal die Woche. Nicht einmal einen Monat Fitnessstudio und dann nie mehr hingehen. Und dich dann vollfressen dafür am Abend. Die Ernährung, das ist ein sehr, 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 sehr großer Punkt. Und ich weiß, man denkt dann immer gleich an eine Diät. An Low Carb. Ich sollte nichts mehr irgendwie essen, was irgendwie gesund ist. Nur noch Lebensmittel, die so viele Kalorien haben wie eine Scheibe Brot. Aber das muss nicht so sein. Abnehmen kann super, super simpel sein. Du kannst mit deinem Lebensstil, wie du ihn jetzt genau hast, kannst du auch abnehmen. Wenn du kleine Veränderungen vornimmst. Und ich spreche eben nicht von diesen Diäten. Sondern, dass du einfach in einem Restaurant irgendwann weißt, aha, C16, was mir schmeckt, ist nicht so gut wie B12, was mir schmeckt. Dann tippst du einfach auf der Karte auf was anderes. Und das hilft dir dann beim Abnehmen. Ernährung ist wirklich der große, der essentielle Punkt, wo darüber entscheidet, ob du dick bleibst oder ob du abnimmst. Und wenn du dann noch ab und zu ein bisschen Sport dazu machst, dann ist das super. Dann wirst du fitter werden. Du schwitzt nicht mehr so viel. Die Klamotten sitzen besser. Du siehst sportlicher aus. Du fühlst dich attraktiver. Und du hast sogar noch Spaß bei dem Ganzen. Das ist doch super, oder? Darum, wenn du abnehmen willst, ganz wichtiger Punkt, wenn du nicht gerne in ein Fitnessstudio gehst, dann musst du da nicht hingehen. Wenn du gerne hingehst, super. Mach's. Aber wenn du nicht gerne Krafttraining machst oder auf einem Rad strampelst oder auf einem Cross-Trainer, dann mach's nicht. Dann überleg dir, was mache ich denn gerne? Gehe ich gerne spazieren? Das ist ja auch eine Art von sportlicher Betätigung. Tennis spielen, Golfen, das sind Mountainbiken, Radfahren. Das sind alles tolle Sachen, die dein Abnehmziel sehr, sehr stark unterstützen werden. Solange du die Ernährung richtig machst. Und wenn du zu der Ernährung Fragen hast, wenn du da mehr erfahren willst, wie das Ganze für dich persönlich funktioniert. Denn ich bin absolut kein Befürworter von Diäten. Denn die machst du eine Zeit lang und hörst wieder auf. Abnehmen muss Lebensqualität beinhalten. Du musst da Sachen essen, die dir schmecken. Da muss ein Genuss da sein. Du solltest auch abends, wenn du es gerne machst, mal ein Gläschen Wein trinken können. Oder ein Bier mitfreuen, wie hier beim Tennis spielen. Jetzt haben wir ein bisschen was gemacht, nachher setzen wir uns da rüber in den Biergarten. Oder Biergarten, das ist so ein Tenniscenter. Kannst du draußen sitzen und bestellen wir uns auch ein Bier. Und trinken das. Mit gutem Gewissen, nicht, dass ich mich danach schlecht fühle. Und man kann trotzdem seine Abnehmziele erreichen. Darum, wenn du über dieses Thema abnehmen, zeiteffektiv, nachhaltig, mit Spaß mehr erfahren willst, dann google mich einfach mal. Simon Mattis auf Google eingeben. Mattis mit T-H-I-S. Und dann findest du da mehr Infos dazu. Dann wünsche ich dir noch einen super Tag. Wir setzen uns jetzt rüber. Und ich wünsche dir was, dein Simon Mattis. Hau rein. Ciao, ciao.